Die norddeutsche Küste. Meine Heimat. Ich bin Harro Füllgrabe, Reporter und gebürtiger Ostfriese. Gemeinsam mit euch entdecke ich die Familienmolkerei Rücker. Rücker steht seit mehr als 130 Jahren für Käsespezialitäten von der Küste. Hergestellt aus 100% Küstenbauernmilch in Aurich und Wismar. Jetzt schauen wir Klaus Rücker in Aurich über die Schulter und tauchen ein in die Geschichte der Familienmolkerei Rücker. Die Käseherstellung ist ja letztendlich der Versuch, Milch haltbar zu machen. Wir kommen ja vom Produkt. Wir sind ja nun Fachleute. Morgreimeister, wir sind Ingenieur und wenn ich mir das da angucke, was wir hier machen, mit Hingabe, mit Liebe produziert, unter besten Konditionen und Voraussetzungen. Für uns ist nur die beste Qualität das, was wir akzeptieren. Wir orientieren uns da entsprechend im Markt und in den Produktkategorien, wo wir unterwegs sind, sind wir qualitätsführend. Insofern stellen wir hohe Ansprüche an die Qualität und an die Produkte und an die Arbeit, die wir hier tun. Umgeben von grünen Wiesen, die Nordsee quasi vor der Haustür, ist Aurich in Ostfriesland einer von zwei Produktionsstandorten von Rücker. Hier sind die Käsemeister darauf spezialisiert, Weichkäse herzustellen. Und wie das passiert, erklärt uns Klaus Rücker und Werksleiter Thorsten Schmitz. Ja, wir sind hier in der Käserei, dem Herzstück der Molkerei. Wir setzen hier ein besonderes Herstellungsverfahren ein. Anders als es wirklich ist die kontinuierliche Herstellung von traditionell hergestellten Käse. Und damit schaffen wir eine sehr gleichmäßige, immer wieder reproduzierbare Qualität. Ja, es läuft ja alles vollautomatisch ab. Alles beginnt vorne am Milcheinlauf. Dort wird pro Zelle am Koagulator ca. 1600 Liter Milch eingefüllt. Wir brauchen auch ein Enzym. Das Lab, was ursprünglich mal aus Kälbermilchen gewonnen wurde, heute aber synthetisch produziert wird. Dann gibt es eine kurze Phase der Ruhe. Kein Rühren, keine Bewegung und nichts. Dadurch entlegen wir die Milch dick. Das heißt, die Milch wird wie ein großer Pudding fest. Wenn der erste Gerinnung eingetreten ist, wird per Löffeltest getestet. Und diese feste Galerte, wie wir sie als Fachmann nennen, wird dann geschnitten. Und kurz vorm Schneiden der Galerte wird noch ein Messertest durchgeführt. Der Schnitt muss glatt laufen, wie wir gerade auch sehen konnten. Nach dem Messertest gibt es den Schneidevorgang, sodass an den Schnittkanten dann Molke austreten kann. Molke ist der Wasseranteil der Milch und wir trennen damit eben Fett und Eiweiß vom Wasser. Ja, sagen wir mal, dass ein bisschen Kontrollen machen wir hier eigentlich täglich, um die Qualität zu gewährleisten. Also für so eine Hirtenkäsescheiben machen wir circa 1800 Kontrollen. Das heißt, von der Rohmilch angefangen bis zum Endprodukt 1800 Proben und Untersuchung tech. Jawohl. So entsteht also friesischer Hirtenkäse oder wie es Klaus Rücker passend sagt, Milch wird haltbar gemacht und das in Lecker. Apropos, woher kommt eigentlich der wertvolle Rohstoff für den Käse, die Küstenbauernmilch? Das möchte ich genauer wissen und mache mich auf den Weg zur Küstenbäuerin Rina Wilken in Ostfriesland. Rina! Hallo, hallo! Hallo! Das hier ist jetzt sozusagen, ist das ein Teil deiner Herde oder? Das ist ein Teil, weil ein Teil schon unerwartet reingelaufen ist. Die konnten schon kaum abwarten, die freuen sich immer so, schon in den Stall zu kommen. Okay. Gerade im Weidegang. Bei uns ist Weidehaltung ja sehr wichtig. Und genau, und die andere Herde wirst du gleich so ein bisschen anführen. Wie viele hast du denn jetzt hier tatsächlich? Wir melken so um die 170 Kühe, aber manche sind ja auch immer mal trocken, das heißt, sie bekommen dann bald ein Kälbchen. Ja, aber im Moment melken wir so im Durchschnitt um die 170 Kühe für so ein kleiner Familienbetrieb. Wow! Was heißt das denn eigentlich, also wenn wir jetzt praktisch von Küstenbauern und Küstenbäuerinnen sprechen, weil die Milch für den Käse kommt ja von euch, das muss eine tolle Qualität sein. Wo müssen sich die Kühe befinden? Ab wann bist du Küstenbäuerin oder Küstenbauer? Der maximale Radius ist ungefähr 80 Kilometer. Okay. Und wir haben zum Beispiel die Molkerei auch nur eine Viertelstunde weit weg. Und der Küstenradius ist ungefähr 80 Kilometer von den Küsten entfernt, was so als Küstenbauer-Milchregion zählt quasi. Neben Riener Wilken gibt es viele weitere engagierte Landwirtinnen und Landwirte an der norddeutschen Küste, die die Küstenbauermilch liefern. Von Ostfriesland über Schleswig-Holstein bis nach Mecklenburg-Vorpommern. So zum Beispiel auch Carina Clausen und Jens Damm. Das große Schlagwort der Zeit ist ja nachhaltige Produktion, nachhaltiges Leben. Das heißt also, wir versuchen auch in Zusammenarbeit mit der Firma Rücker über kurze Wege sicherzustellen, dass wenig Transport anfällt, dass die Milch schnell verarbeitet werden kann. Das heißt also, frisch ist in diesem Fall das Stichwort. Die frische Milch von der Weide über die Kuh in den Milchtank, über den Transportwagen, über den LKW zu Rücker. Die schnelle Verarbeitung. Ich glaube, mehr kann man sich da nicht wünschen. Nachhaltig in dem Sinne ist also, dass auf jeden Fall die kurzen Wege eingehalten werden, dass der direkte Draht zur Firma besteht. Wir stehen hier inmitten, jetzt im Juni, inmitten einer saftig grünen Weide und zweieinhalb Kilometer von hier, Luftlinie entfernt, ist die Nordsee. Also ich denke mal, das ist schon das, was Rücker meint, wenn es von Küssenbauern Milch schmeckt. Ja, Harro, dann kannst du jetzt mal probieren. Nimm mal einen ordentlichen Schluck Milch. Das lasse ich mir nicht zweimal sagen. Dass du dich stärkst, das geht ja dann noch weiter. Okay, jetzt weiß ich, wo dieser absolut hochwertige Rohstoff für den Käse herkommt. Und ich mag ihn jetzt schon. Lecker. Von den Küstenbauern geht die Reise in die Geschichte der Familienmolkerei Rücker weiter bis nach Fehmarn. Hier hat das Unternehmen sozusagen seine ersten Schritte gemacht. Und hier steht auch heute noch das Ursprungsgebäude der Familie. Wahnsinn, da hat sich ja kaum was verändert. Dieses Foto ist von 1890 und das ist das heutige Gebäude. Früher war es eine Meierei und die Geschichte, die ist wirklich interessant. 1890 pachtete Eduard Rücker die Meierei in Vatersdorf auf Fehmarn. In mühsamer Handarbeit stellt die Familie Butter, Sahne und Käse her. Sie produzierte unter anderem einen hochwertigen Tilsitter. Dieser ist bis heute als Küstenurtyp erhältlich. Das Geschäft lief so gut, dass sein Sohn Gustav Rücker in den 1930er Jahren den Schritt aufs Festland wagte. Gustav entwickelte den Butterversand und lieferte sie deutschlandweit mit der Post aus. Der Versand ermöglichte auch den Handel mit dem Käse in neue Märkte. Nach Kriegs- und Lehrjahren übernahm Paul Rücker in der dritten Generation das Familienunternehmen. Unter ihm wurde das Molkereigeschäft größer. Die Molkereien in Aurich und Wismar wurden Teil des Familienunternehmens, das Paul Rücker an die vierte Generation übergab, seinem Sohn Klaus und dessen Frau Insa. Von Fehmarn geht es für mich weiter nach Wismar in die Ostseemolkerei. Hier will ich mir noch anschauen, wie die herzhaften Käse-Spezialitäten noch ganz traditionell reifen. Hier wartet auch schon Insa Rücker auf mich. Hallo! Hallo! Hey! Hey, Aho! Hallo! Herzlich willkommen! Das sind jetzt die heiligen Hallen, wo ich rein darf? Das sind die heiligen Hallen, ja! Hier ist alter Schwede, Alt-Mecklenburger. Der ist jetzt seit zwei Tagen hier in unseren heiligen Hallen, reif, auf ganz trockenem Fichtenholz. Das ist wichtig, weil da ja sowieso jetzt schon so viel Feuchtigkeit ist. Und wird mit Brotkulturen eben behandelt. Weshalb er dann nach fünf Wochen so aussieht. Das ist fünf Wochen gereifter alter Schwede. Das ist halt wirklich richtig gereifter Käse, wie es schon unser Urgroßvater gebracht hat. Die Kälte, die Luftfeuchtigkeit, die Rotkulturen und das Holz. Und das sind unsere Faktoren, die so wie wir es anwenden, zu dieser Einzigartigkeit unseres Käses führen. Müsst du vielleicht mal eins probieren? Dann konnte der Käsemeister anhand der Farbe, des Geruchs und natürlich auch des Geschmacks. Man beißt allerdings nicht rein. Warum, sage ich euch später. Ja, aber hier ein Stückchen Käse nehmen. Und dann den Qualitätsstandard sozusagen festsetzen. Wenn noch was gemacht werden muss in der Lagerung, kann man was dann machen. Ansonsten hat man das hier wieder reingesteckt. So. Und dann wurde mit der roten Käseschmiere, mit den Rotkulturen, das wieder zugemacht. Und am Ende sieht man es auch nicht mehr. So lief es bis hin Anfang 1920er, 30er, bis dann die Arbeit mit den Laboren begonnen hat. Aber Moment mal, das ist doch kein Käse. Was macht Christine Schwabenland von der Qualitätssicherung denn hier? Ich beurteile dir jetzt unsere Anlieferung, der Hausdarm, einmal sensorisch, vor allem den Geruch, das Aussehen und wie sich das Ganze anfühlt. Ja. Sehr gut, oder? Schön. Seit 2021 dreht es sich bei Rückers nicht nur um Käsespezialitäten, sondern auch um pflanzliche Lebensmittel, um vegane Käsealternativen. Was wichtig ist, ist die typische Struktur von Mozzarella, die wir hier erreicht haben, so wie wir das auch gewohnt sind. Und das ist sicherlich einzigartig, dass wir das so gut auch abbilden können mit unserem Prozess, der ja mit der eigentlichen Käseherstellung überhaupt nichts zu tun hat. Käsealternativen, vegan und aus heimischen Rohstoffen, ohne Zusätze, ohne Gedöns, das ist die Idee, die Insa und Klaus Rücker zu Vega Lecker geführt hat. Wenn es wie in der Familienmolkerei Rücker jeden Tag um hochwertige Lebensmittel geht, dann müssen die auch verkostet werden. Die Verbraucher sollen ja schließlich nur die beste Qualität bekommen. Ja, wir haben heute den alten Schweden. Der hat hier auf diesen Brettern gelegen. Das sind die alten Reifenbretter. Und das muss in einem Schnitt gehen. Gehen wir mal in die Verkostung. Vielleicht ruhig schon so, wie das sein soll. Ja, wollen wir noch mal probieren hier? Vielen Dank. Der Klassiker bei uns ein Abendbrot. Kann den auch Zura Glatt empfehlen? Ja, muss schnell weg, ne? Geht die? Ja. Moment mal, alle genießen hier gerade leckeren Käse. Und was ist mit mir? Ich glaube, ich gönne mir jetzt auch mal eine Pause. Dann, das wurde aber mal Zeit. Ohne Frühstück direkt zum Picknick durch. Genial. Aber das ist eine coole Auswahl. Oh, ist das lecker. Und die Pause und die ostfriesische Ruhe, die tun ihr Übriges dazu. Ohne Frühstück direkt zum Picknick. 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 Vielen Dank.